Monika, ich bin dir so nah, du allein bist mein Sonnenschein, das war mir klar, seit ich dich sah, gestern in der kleinen Bar. Monika, 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 Wapp, Wappidu. Monika, du bist stark behaart, ich seh's an deinem Damenbart, Achselhaare, Astoruch und Schambehaarung bis zum Bauch. Oh Monika, 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 Wapp, Wappidu. Oh Monika, 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 Monika. Er hat doch jetzt die Kamera schon, oder wie? Moni, der will das, oder wie? Jetzt kann ich einfach an, einen. Wer kann? Kaufen wir eine Karte? Ja, die ist mein Geburtstag. Gehen wir mal rein. Alex Karten. Schau mal, ich meine beiden. Alles nur Brotenburg. Ah, schau mal hier. Oh, die ist dauernd. Schau mal. Schau mal, die nehmen, die sind wohl. Ja, die sind wohl. Die sind wohl. Die sind wohl. Die sind wohl. Komm, die nehmen wir. Schau mal, was es sonst noch so gibt, ne? Ja, gucken wir uns gleich um. Okay, ist gut und cool. Wollen wir jetzt so einen schicken? Nein. Meinst du, ich mag ihn? Ich kann es ja weder gut. Okay. Oh, schau mal, ich habe die Musik. Das ist lieber auch alles. Oder jedes Lade hier, dann kannst du die Touristen angucken. Wir sehen hier Sebastian Förster, im Gegensatz zu seinem Bruder, arbeitet er hart und ehrlich und ist nicht nach Australien abgehauen. Irgendwie sind bei euch alle weg. Ich bin noch da. Ich bin auch da. Oh, der ist weg. Ich bin noch da. Moni ist auch weg. Komm, mal was ist weg. Der Film ist eh, der hat allgemein voll gut. Der ist voll organisiert, ne? Ich könnte mir auch noch eine Anfertigung hinmachen. Für die Moni sind Geburtstag. Neusten. Sollen wir den eigentlichen fahren? Ja, nee. Ist der eigentliche Volkstag? Nee. Das ist wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich kann es aufhören. Hunger. Und jetzt, ich möchte dich abhören. Einmal viel. Ja. Ich glaube, ich möchte dich abhören. Wir haben dich abhören. Ich bin gespannt. Musik Emanuel einfach rausgehen, statt auf den Klo zu gehen, dann muss Moniz Autofisch Oh, ich bin hier Oh, ich bin hier Oh, ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Hallo, Moly Hi, Moly Hi, Moly Ich bin hier Ich bin hier Weihnachtslied Und I ist ein Hobby I have to be that committing Weihnachtslied Ich hab ein Sext Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away Sing me this year To save me from tears I give it to someone special Special Ach, so heißt das, Junge Beide, Junge Moly Wir wissen, wo dein Auto steht Sie haben es morgen schon wieder anpissen wollen Aber man auch nicht da Eigentlich wünschen wir dir doch alles Gute zum Geburtstag Bon Anniversaire Achoa Bon Anniversaire Achoa Bon Anniversaire Achoa Bon Anniversaire Bon Anniversaire Bon Anniversaire Bon Anniversaire Achoa Ah no Ah no Oh Moni Ähm Ja Ihr wolltet doch nichts homil Oh ja Ne Das sind wirklich nicht so wenig teilen Jetzt macht mal Ich kann es nicht Startet einfach Was ist eigentlich Ich kann es ja rauchen Ne Ich schneide einfach nichts raus Was soll ich jetzt einen Hehehe Achoa Ja eben Also Moni Die zwei haben nicht noch etwas für dich Besonderes ausgedacht Ja Und zwar, wir liefern uns jetzt hier im Battle mit Hauptstädten. Hey, was wollt ihr denn? Und zwar, wir fangen an mit den Hauptstädten Europas, Berlin. Nein. Geht nicht von Moni. Sie denkt jetzt, es kommt ein Battle und irgendwann kommt ein Service. Ja, kommt schon. Ja, kommt schon. Na, wie vom Fuß. Was ist eigentlich immer damit? Ja, du bist so, ey. Wollen wir eigentlich noch weiter filmen? Wollen wir Kloppenfall die Weitung machen? Aber nicht von der Kamera. Aber das ist neidisch, weil die will auch sehr weit sein. Moni. Coole Lampe, ne? Jetzt hören wir mal auf. Jetzt kommt er und filmt. Wie er. Hilfe. Moni. Wer weiß, wenn er gerade schreibt. Fisch. Ja, Linda. Halt dich doch wieder Weihnachten. Was wünschst du dir denn? Ich wünsch mir ne Beierweiterbälle. Und mir auf dem ersten Platz. Moni auch. Wie geht's dir? Na, wie fand's gut den Weihnachtsmarkt in Rosenheim? Boah. Nee. Einen Knäppel. Einen Knäppel. Einen Knäppel. Einen Knäppel. Ah, Linda. Erinnerst du mich noch? Der letzte Abend hier im Sommer? Vor dem Monat. Ja, mit Moni. Stimmt. Da bist du extra noch nach dem Fußball gekommen. Manu ist doch der Paulist. Ja, Manu der Paulist. Moni war doch ziemlich sauer nach unserer Kurzaktion. Aber sie hat es nicht so lange nicht mehr verdient. Nein, nein. Sie wartet noch auf eure Entschädigung, ja. Da freut sich sie schon drauf. Ich darf nur einen, wenn ich schnell lossehe, oder was? Wie ist Jörg? Wir geben Ausweis am Tower Tower. Oh ja. Oh ja. Naja. Ja, Moni, wann kommst du denn wieder? Ich glaube, wenn die jetzt da wären, würden wir nach Vorbach gehen. Egal, bei welchem Wetter. Lachstaden bei 2 Grad. Ja, Moni wäre dabei. Nächstes Jahr. Freier Tour. Ja. 3.0. Ja, auf jeden Fall. Mit Lisa Lachisch. Linda Lenkner. Manu Strauss. Monika Hustbauer. Und Monika Hustbauer. Juhu. Und LWG. Und LWG. Okay, das müssen wir der Moni aber erstmal noch erzählen. Die Geschichte hörst du von uns, wenn du wieder da bist. Okay, Moni. Macht dich auf einiges gefangen. Wir fangen einfach an zu reden. Wir fangen einfach an zu reden. Wir fangen einfach an zu reden. Wir fangen 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 an zu reden. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vielen Dank.